Kreis Eck vom Bussegerhof. Wir vermieten normalerweise sechs abgeschlossene Einheiten als Ferienwohnung an unsere Gäste. Das dürfen wir seit 1. November letzten Jahres leider nicht mehr machen. Wir haben letztes Jahr sehr viel in Hygienekonzepte und Desinfektionsspäder usw. investiert. Trotz alledem sind unsere Tore geschlossen. Wir konnten es im Laufe der Pandemie durchaus verstehen, dass wir keine Gäste mehr beherbergen durften. Langsam finden wir aber, es ist genug. Wir haben draußen ganz viel Platz, eine riesengroße Spielwiese, ein Abenteuerwald, ganz viel Wald und ganz viel Natur. Natürlich nur unsere Tiere, die ums Haus herum verteilt sind. Und wir finden, bei uns können wir super gut Abstand halten, viel, viel besser wie in der Stadt. Mit Abstand die sicherste Art Urlaub zu machen. Bitte lasst uns wieder öffnen.